Wenn im Dezember weihnachtlich der Kinderäuglein glänzen, so hält doch beim Geflügel sich die Freude sehr in Grenzen. Das uns von einer Jungfrau mild, der Heiland ist geboren, lässt Gänse kalt bis unterkühlt und Enten tiefgefroren. Wohl weltweit wird fürs Weihnachtsfest kaum je ein Truthahn schwärmen, und nur da man ihn schmoren lässt, fürs Fest mal sich erwärmen. Auch haben Wachteln, Puten und Fasane ja selbst Tauben an Gott zu zweifeln, guten Grund, und müssen doch dran glauben. Wären wir gerupft und mariniert, gespickt und ausgeweidet, Wer Heilignacht uns garantiert, auf Jahre hin verleidet. So singt in Dulci Jubilo, das Christ zur Welt ist kommen, der Halben jauchzet und seid froh. Geflügel ausgenommen. 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 Vielen Dank.